Toren an Gehirn aus und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play world of tanks ja heute mit dem panzerkampfwagen b2740 f das ist für alle diesmal interessiert oder interessiert hat der panzer den man auf der gamescom mittels eines bonuscodes bei der wargaming bühne bekommen hat ist seit stufe 4 panzer eigentlich ein b1 der franzosen von den deutschen dann halt genommen ein bisschen modernifiziert und aufgerüstet und an den hinteren linien dann eingesetzt ich persönlich finde ihn jetzt nicht so gut er sieht zwar schick aus so ein bisschen erste weltkriegs mäßig finde ich immer dass ich immer ganz schick an dem panzer aber er hat halt nur ein stufe 2 geschützt auf was bedeutet dass man halt ja bei stufe drei bei manchen panzern kommt man noch durch aber auch stufe vier ist man jedenfalls wenn man jemanden frontal beschießt ja eigentlich immer so ein bisschen unterlegen aber wir werden uns den panzer im gefecht ja ansehen und spielen und wir werden auch heute auf jeden fall nicht alleine sein denn der major josef brander wird mit uns spielen so ja dann auf ein neues bitte bitte stoppt hier bitte stoppt hier bitte stoppt hier ja ja aber die haben noch matilda ich bin der einzigste heavy in unserem titel oder gesamten spiel hier erst in die stadt recht ich fahr über die brücke glaube ich fahr glaube ich auch über die brücke weil keine ahnung ist es halt einfach suchen auf geht es einfach nicht gewohnt durch die stadt gefahren da fahr ich im grunde nie lang und ich denke mal dass da die matilda lang kommen wird und ich habe echt keinen bock auf die matilda der hat mich ein bisschen zu lange angeguckt der typ gerade fährt so neben mir her guckt mich die ganze zeit zu allem mit seinem geschütz und fährt dann gegen den wagen gegen ein unebenes gelände warum bist du eigentlich so schnell das für unfaire ich habe den grad zwei schön reingedrückt noch einmal digga komm achte mal auf dahinten auf die ecke er versteht daneben shit hetzer hat die haupt die äh die schwere nein ok da geh ich nicht nur mal raus er ging nicht durch ja hetzer komme ich frontal nicht durch also laut werten ja aber die beantragung von dem ist so angenehm was macht denn der t80 der ochse auf den t6 ja los 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 hau rein tracken oder so weg ist er ja oder so perfekt der hetzer hat mich gerade gewonhitted scheiße der hat auf mich gezielt nein ja dann würde ich sagen lassen wir mal den keyhole irgendwie durchkommen ey der hetzer der macht die alle weg gerade ja klar und die stadt die verlieren wir gerade auch wie es aussieht oder sehe ich die alle nur wieder nicht weil die funkreichweite nicht ausreicht ja der ging voll durch ihre panzerung der ging voll durch ihre panzerung so jetzt können wir uns in ruhe um den hetzer kümmern da runter jetzt versch- artillerie schießt die auch noch her garantiert an dem bus oh er hat vorbeigeschossen ja aber jetzt nein nicht 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 ziel erfasst doch er hat mir den motor kaputt gemacht glaubt nicht lol das war's für uns raus hier macht der mir einfach den motor kaputt wat ein lacker nicht zu fassen ey der auch vorne wär der motor von dem ding ja ne ich glaub nicht also warte mal ich schalte mal kurz auf meinen brack da müsste ich es eigentlich sehen ne eigentlich also so wie der aufgebaut ist ist der motor niemals vorne also der motor muss hinten sein aber der konnte mir so bisschen seitlich hinten reinschießen ja der motor ist hinten aber macht er mir das ding einfach kaputt ey ich glaub's nicht aber ich hab glaub ich so um die hundert schaden gemacht bis jetzt rekord für das teil und ja hm keine ahnung ich glaub lassen wir das erstmal mit dem ja mit dem lassen wir das erstmal und ich ja mach dann auch die aufnahme zu ende also leute wir sehen uns beim nächsten let's play world of tanks wieder bis zum nächsten mal und wir spielen noch ne runde zu guter letzt nochmal herzlich willkommen auf dem wunderschönen grünen endscreen hier auf der rechten seite findet ihr alle videos derselben art in einer playlist zusammengefasst auf der linken seite findet ihr das am letzten hochgeladene video unten drunter bzw in der mitte findet ihr oder kommt ihr zu meinem kanal dort könnt ihr euch alle videos in der gesamtheit angucken darunter unter diesem button findet ihr den abonnieren button das heißt wenn euch dieses video hier gefallen hat dann könnt ihr hier natürlich gerne gleich drauf klicken und unter dem abonnieren button findet ihr mein twitter account hier kommt ihr alle news auch wenn mal ein video nicht kommt einfach mal auf twitter vorbei schauen da schreibe ich dann in den meisten gründen vorher rein dass kein video kommen wird und warum beziehungsweise warum es sich etwas verspätet oder so also bis dahin ich würde sagen wenn euch das video gefallen hat wählt hier eine option aus wie auch immer und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten video wieder haut raus ein 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 Vielen Dank.